Also ich treffe mich mit meinen Gläubigen oftmal immer nach der Messe, entweder im Domkirche oder im Karmel. Dann besonders bei Firmungen, wenn ich die Pfarrei besuche, dann nach der Messe oft treffe ich auch mit den Leuten. Und dazu habe ich auch viele Treffen mit Reisenden aus Deutschland und Europa, die zu uns kommen, die mit Hurtirute reisen. Diese Leute treffe ich auch gerne und erzähle über uns und über die katholische Kirche im Norden.